In der T-Stube bei KNAUF angekommen. Ja, das Unternehmen KNAUF bietet ganz unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel lerne ich Verfahrensmechanikerin in Stein- und Erdenindustrie. Ich freue mich sehr, diese Ausbildung hier zu machen. Ich habe wunderbare Kollegen, kann mich absolut nicht beklagen und bin für die Endkontrolle der Gipskartonplatten zuständig. Jetzt gibt es nicht nur die klassische Ausbildung, sondern vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Studium zu verknüpfen. Das machen Sie, oder? Genau, ich bin Werkstudent bei der Firma KNAUF. Ich bin im fünften Semester meines Maschinenbaustudiums. KNAUF gibt mir die Möglichkeit, neben einem Studium einmal die Woche in den Betrieb reinzuschnuppern. Wenn man technisch begeistert ist, hat man die Möglichkeit, bei KNAUF perfekt sich darauf vorzubereiten, was einen später im Berufsalltag erwartet. Welche Ausbildungsmöglichkeiten bietet das KNAUF-Werk in Rottleberode an? Hier am Standort bilden wir grundsätzlich erstmal alle Tätigkeiten aus, die wir benötigen, um unseren Prozess zu betreiben. Das ist auf der technischen Seite erstmal der Energieanlagen-Elektroniker, der Industriemechaniker, der Chemielaborant und der Verfahrensmechaniker. Die Fachkraft für Lager und Logistik. Und im kaufmännischen Bereich ist das der Industriekaufmann.